Mache ich jetzt mal aufs Mord, ne? Ich hab zwei auf einmal gekriegt dadurch. Ja, das Haus ist kaputt. Entschuldigung, Team Zocker LP. Wollte ich nicht. War auch nur beabsichtigt. Wow. Ich leg mich hin und kann ich trotzdem nachhören und der Typ steht oben auf dem Haus drauf. Okay. Au. Das ist nicht gut für die Gesundheit. Oh. Wie fährt man den E und D-Bot? Wie lenkt man den jedenfalls? Äh, WASD. Okay. Am besten du drückst C, dann siehst du auch noch, wohin du fährst. Oh. Und dann, wenn du den schmeißt, dann musst du nochmal auf C. Na komm, Sniper, lass dich blicken. Nein, wie geht's nicht hoch? Lass mein E und D-Bot in Ruhe. Ja. Ja, der kann ja Treppen hochfahren. Komm schon. Nein. What the fuck? Ja, und jetzt nochmal ruhig. Komm schon. Yeah. What the fuck? Naja. Oh man, er hat mein Spielzeug kaputt gemacht. Spielzeug. Na da. Fuck. Gut. Ich brauche unbedingt diesen Scheißkill mit dem EOD. Oh Gott. Ah, jetzt höre ich mich fest. Und was sind noch mal Karabiner? Die Waffen der Ingenieure. Der Panzerjäger. Ah fuck. Sergeant Cookie. Die. Danis. Oh oh. Aber das war jetzt nicht gut. Komm schon. Nachladen. Schneller. Und jetzt. Nein. Nee. Oh. Wieso müssen die Leute diese Waffe benutzen? Wieso gibt es Tube? Und ich wollte mich eigentlich wiederbilden. Ich wollte eigentlich nicht wiederbilden. Aber egal. Und ich werde den Skype angeschrieben. Ich auch. Ah. Na. Hat jemand Munition? So. Oh fuck. Hinter mir steht einer. Puh. Das gibt es nicht. Ich will bei Sporn weg. Sporn. Will Sporn. Und drück auf Sporn. Und dann spawnt er nicht. Und dann ist das halt kaputt. Und drück auf den nächsten. Drück auf Sporn. Dann spawnt er nicht. Dann spawnt er nicht. Nein, das heißt. Ich bin kaputt. natürlich er kriegt ein schuss in kopf und lebt noch von der sniper ich bin voll drauf mit meiner magnum ja ich stehe vor ihm und er tötet mich was stimmt da nicht reihe dort da hat er uns weit hatte zweifel mit einem schuss mit der enden an die leben getötet mich nicht wer mal wieder hier ausprobieren aber ja scheiß camp es kann es sich ja so ein schlichter spieler wo spring jetzt da drunter wo ist denn der jetzt hallo hallo herzlich willkommen aua Alter dann springe ich gerade noch raus und danach schlusses Gebäude zusammen das hätte ich jetzt gerne auf dem Film gehabt ich hörte nur dieses ne das Geräusch das kommt bevor die Teile einstürzen ok und dann springe ich raus und dann eine Sekunde später stürzt es hinter mir zusammen oh Quidditch oh ich hab' von der Seite von der Seite von der Seite uaaaaa ich hab' noch sieben Prozent HP nein oh Gott Team Zocker-LP schon wieder Entschuldigung Aua Ey dieser Pausen-Clown kann sich auch nur von hinten anschleichen Oh dieser 4-1-17 Noob und da werde ich wiederbelebt ey immer wenn ich wiederbelebt werden will werde ich dich wiederbelebt und immer wenn ich sterben will werde ich wiederbelebt und immer wenn ich sterben will werde ich wiederbelebt das ist unglaublich Nein Nein Okay dann Tschüss 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 Vielen Dank.